Kommt alle am Freitag, den 20. Februar ab 17.30 Uhr zum Olympischen Alsterfeuer an die Binnenalster und entzündet eure Fackel für die Spiele in Hamburg. Einfach Freunde, Familie und Kollegen einladen und an die schöne Binnenalster kommen. Fackeln bekommt ihr hier überall kostenlos. Warten, bis der Alsterdampf vertrötet und dann die Fackeln rund um die Alster entzünden. Lass uns allen zeigen, dass Hamburg Feuer und Flamme für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 ist. Wir sehen uns dort. Lasst uns ein unvergessliches Bild nach Deutschland senden und zeigen, dass nur die schönste Stadt der Welt auch das größte Sportereignis der Welt ausrichten kann.